Das sieht doch mal nach einem super Wochenstart für Bitcoin aus. Wir stehen bei 27.800 US-Dollar, also deutlich im Plus. Grüne Vorzeichen also in dieser Woche und die Hoffnung, dass wir natürlich jetzt solche Marken nochmal bestätigen können. Trotzdem, der Druck bleibt. Wir haben natürlich die geopolitische Situation, die weiter angespannt ist. Wir haben ein paar Makro-Faktoren, wir haben eine wichtige Rede von Jerome Powell, aber auch eben Faktoren, die eine andere Geschichte erzählen, nämlich das Thema Bitcoin ETF. Es wird wieder heißer, es wird wieder heißer spekuliert. Was wirklich dran ist, wollen wir uns jetzt zusammen anschauen. Deswegen zurücklehnen, anschauen und viel Spaß beim Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem Bitcoin to go News. Ihr seht es hier oben, der Edikator zeigt grün. Das auf jeden Fall mit einem Lächeln mal in die Woche. Das ist doch mal ein guter Start. Wir gucken gleich auch drauf in die Kacheln und da sehen wir ganz deutlich 27.892 hier bei Quantify Crypto, 3,8% im Plus. Neben Solana, Apex und dann auch noch Bitcoin Cash. Wir haben Satoshi Vision auch etwas stärker, das sehen wir gleich im weiteren Verlauf bei den Gewinnen und Verlierern. Also ein durchaus ordentlicher Wochenstart, gepaart aber eben auch wieder mit ganz klaren Trade-Bewegungen, Short-Liquidierungszonen, die erwischt wurden und damit diesen Pump auch wieder ein bisschen mehr noch möglich gemacht haben. Bisschen Romantik kam ja eigentlich auch schon am Ende der letzten Woche noch rein. Es gab so ein bisschen die ganze Diskussion rund um die Grayscale-Geschichte. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, das wird gleich ein großes Thema sein. Der Grayscale-Trust sollte ja als Bitcoin-ETF umgewandelt werden. Das wurde von der SEC damals auch abgelehnt. Da gab es dann einen Gerichtsbeschluss bzw. Berufung, die eingelegt wurde von Grayscale. Und man ist gerade in einem schwebenden Status und das befeuert so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht ein Bitcoin-ETF früher kommen könnte. Deswegen das gleich auf jeden Fall nochmal der Blick dann in diesen wichtigen Bestandteil der News heute. Ansonsten bei den Kursbewegungen, wir sind weiter in dem Kasten hier drin. Für mich noch nichts wirklich krass Aussagekräftiges, aber zumindest könnte man jetzt hier mal ein bisschen die Hoffnung haben, dass wir vielleicht doch nochmal in den Bereich höher in diesen Kasten hier reinlaufen. Das ist ja von mir die eingezeichnete tote Hose-Zone. Das ist jetzt nichts, wo man dann sagen muss, okay, das wird jetzt auch für immer so bleiben, dass wir in dieser Linie sind. Oder wo hast du denn die Zahlen her? Ich habe einfach wirklich den Kasten gezogen, den wir eigentlich seit März diesen Jahres hatten. Also sehr, sehr dünn eigentlich, wie Bitcoin sich bewegt. Trotzdem sehr interessant jetzt zu verstehen, wie genau diese Marktmechaniken funktionieren und wie es eben auch dann ist in so einem Bärenumfeld, wo eben wenig Interesse ist, dass dann eben auch beim Bitcoin-Kurs deutlich weniger Volatilität zu spüren ist. Also, die ist nämlich auf Rekord-Tiefständen in diesem Jahr bei Bitcoin, was zumindest gut ist für Bitcoin als Zahlungsmittel. Wenn auch das nicht so viel genutzt wird, kommt gleich noch News noch zu. So, wir gucken weiter und da möchte ich den Volkan einmal hier highlighten an der Stelle. Der hat genau das gestern noch getweetet. Breakout und exakte Short-Liquidierungszonen. Der ist ja immer tief drin und zeigt uns ja auch immer regelmäßig, wo die Short-Liquidierungszonen sind. Und das ist eigentlich genau das Spiel, was ich euch ja auch seit Wochen hier auf dem Kanal sage. Das, was wir aktuell sehen bei Bitcoin im Trading-Bereich bzw. bei den Kursbewegungen, das ist nichts anderes als Liquidierungszonen abgreifen bei den dünnen Order-Büchern eben nach oben und nach unten und dann gucken, okay, wo könnte jetzt der nächste Impuls herkommen. Der kam jetzt zuletzt zumindest news-technisch aus dem ETF-Bereich, die Entwicklung dann entsprechend hier dann auf Trading-Seite festzustellen. Wenn ihr noch eine gute Kryptobörse sucht, empfehle ich euch Bitwavo gerne mal auszuprobieren. Und ihr bekommt 10 Euro Willkommensbonus, wenn ihr 10 Euro einzahlt. Die ersten 10.000 Euro Handelsvolumen sind auch gratis, also keine Handelsgebühren an der Stelle. Ihr könnt also einfach mal testen, wenn ihr darauf Lust habt. Mit meinem Link unten in der Beschreibung, wie gesagt, 10 Euro Willkommensbonus. Hier gibt es demnächst auch einen Bitcoin-Sparplan bzw. einen Krypto-Sparplan-Funktionalität. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wann genau es muss dieses Jahr sein. Ich hoffe dann jetzt Ende vielleicht Oktober oder im November. Ich werde euch auf jeden Fall da auf dem Laufen halten. Für mich auf jeden Fall gerade aufgrund der niedrigen Gebühren auch ein sehr guter Konkurrent zu den derzeitigen Anbietern. Wenn ihr sonst eine gute Kryptobörse sucht, ihr müsst nicht unbedingt das nehmen, was ich jetzt hier laut aufrufe, sondern vielleicht das, was wir auch in unserem Test zusammenbekommen haben. Und wir haben den nochmal groß überarbeitet, die 10 besten Anbieter im Vergleich. Guckt euch da einfach mal durch, welche Börse da vielleicht zu euch passt. Und dann gerne unten einfach in der Beschreibung den Link anklicken oder auf bitcoin-to-go.de und dann den Börsenvergleich anklicken. So, wir gehen jetzt rüber in den S&P, in den großen Finanzmarkt. Und das ist ja schon trotzdem, trotz der geringeren Korrelation, weiterhin ein wichtiger Faktor auch für die Kryptobewegungen. Und wir sind beim S&P auch bei einer wichtigen Marke, zumindest mal hier jetzt in Bezug auf die letzte Supportzone, rund um die 4300-Punkte-Linie. Wir haben zwar insgesamt gesehen, jetzt hier einen leichten Abwärtstrend festzustellen. Wenn wir jetzt hier nochmal so Flaggen reinzeichnen würden oder Linien, dann würden wir hier auch vielleicht einen Bärfleck sehen. Der eine oder andere sieht das anders. Ich muss aber auch sagen, ich lasse das jetzt hier auf ganz einfachen Indikatoren. Denn auch hier sind wir eigentlich mit dem S&P in einem Tunnel zwischen der Zone hier oben, 4630, die zugegebenermaßen aktuell sehr weit weg ist. Und hier eben im unteren Bereich die Supportzone, die zwar gebrochen ist, aber auch wieder zurückerobert und vielleicht jetzt bestätigt wird. Zeigt aber eins, auch am Finanzmarkt geht das Interesse ein bisschen runter. Risk-Off-Modus ist weiterhin da, weil eben die Anleihen weiter anziehen, weil man weiter mit hohen Zinsen rechnet. Und da ist eben das Risiko-Chancen-Feld ist dann vielleicht besser aktuell als woanders. Ihr seht es hier auch bei den 10-Jährigen Staatsanleihen, auch das immer wieder ein Thema. Die Anleihen machen aktuell die Musik. Ich nehme immer die 10-Jährigen als Beispiel. Aber wenn wir uns das Ganze mal auf 6-Monats-Basis ja auch anschauen, dann seht ihr eben die gleiche Geschichte. Wenn die Anleihen steigen, dann werden es die Aktienmärkte schwer haben. Wenn der Dollar steigt, werden es die Aktienmärkte schwer haben. Jetzt aktuell geht es hier ein bisschen leicht runter, weswegen hier dann vielleicht auch Aufholpotenzial bei den Märkten insgesamt ist. Und das vielleicht nochmal ein bisschen Schwung geben könnte. Ansonsten der wichtige Hinweis, Zukunft ist nicht immer Vergangenheit, beziehungsweise Vergangenheit ist nicht immer die Zukunft. Aber es hilft natürlich trotzdem, Sachen einzuordnen. Ich bin ja kein Riesenfan davon, das wisst ihr auch in Bezug auf die Bitcoin-Having-Theorie. Aber Fakt ist, hohe Zinsen hinterlassen immer Spuren. Und wenn wir uns mal anschauen, die 10-Jährigen Staatsanleihen, die Renditen in der Vergangenheit, als sie mal eben solche Peaks, solche Hochs erlebt haben, dann hatten wir in der Vergangenheit immer auch große Krisen. Dotcom-Bubble war natürlich ein Thema, an das sich vielleicht der eine oder andere erinnert, vielleicht auch nicht. Aber auch 2018, nach dem großen Market-Sell-Off, auch hier natürlich noch andere Faktoren dann im weiteren Verlauf mit drin. Trotzdem, das sind wichtige Hürden. Und wir sind jetzt wieder auf einem sehr, sehr hohen Bereich unterwegs, wie zuletzt 2006, beziehungsweise sogar noch davor. Also hier wird dann die Sorge eben auch lauter, dass diese schnellen Anstiege nach oben der Zinskurve irgendwann auch ihren Preis haben werden. Vor allem dann, wenn sie lange oben bleiben. Ein Wendepunkt wird da sein, wann er kommt. Wir wissen es nicht, der Zinspeak könnte ja jetzt laut Marktteilnehmern schon da sein. Am Ende wird die SEC es entscheiden. Aber je länger wir das ganze Spiel spielen, desto schwieriger wird es dann danach. Meine persönliche Meinung und runter gehen wird es, ihr seht hier den ganz klaren Trend auch der Anleihen. Wenn auch es immer wieder Hochphasen gab, ist die Sprache glaube ich klar, es geht tendenziell runter. Wir werden nicht immer bei 0 bleiben, aber eben nicht mehr auch solche hohen Zahlen sehen wie 14% oder ähnliches, meiner Meinung nach. Ansonsten Blick schnell auf die Märkte sehen wir, dass der DAX heute ein bisschen leichter eröffnet. War schon ein bisschen noch leichter heute Morgen, war glaube ich bei 0,5 gestartet. Von daher ist das vielleicht erstmal ein ganz okayes Zeichen. Ja, jetzt nichts Bullisches, nichts Bearisches. Weiter auf Findungssuche. Wie gesagt, geopolitische Faktoren, die aktuell noch viel mit reinspielen. Ansonsten makroökonomisch gesehen wenig los oder wenig an großen Events. Das größte dürfte am Donnerstag stattfinden, den 19. Oktober. Dort wird Jean-Paul sprechen. 6 Uhr unserer Zeit wird es dann soweit sein. Ob wir da wirklich nochmal Erkenntnisse bekommen oder ob sich der Ton eigentlich nur wiederholt von dem, was wir eigentlich auch schon von anderen Notenbankern in der letzten Woche gehört haben. Wir werden es sehen. Ich bleibe dabei. Er wird das Gleiche sagen. Vielleicht ein bisschen weniger hawkisch als sonst mal. Und dann werden die Märkte das vielleicht okay aufnehmen. Wir sind am Ende nicht schlauer. Die nächste Zinssitzung bringt uns vielleicht ein bisschen mehr Aufschluss. Aber auch da sage ich, dass werden noch weitere Zinsgipfel kommen. Und weitere gucken wir mal auf die Daten und was dann passiert. 16 Tage ist es noch soweit. Der Markt rechnet fest damit, dass kein weiterer Zinsanstieg kommt. Also hier der Zinsgipfel erreicht ist. Alle anderen wichtigen Finanzthemen findet ihr auf meinem Finanzkanal. Sehr gerne abonnieren. Da hatte ich jetzt zum Beispiel auch am Freitag ein Video gemacht. Habe mich dann entschieden, am Donnerstag nicht hier bei Bitcoin2Go noch ein Video zu machen. Weil ich dann dachte, okay, die wichtigsten Daten waren eben auch aus dem finanztechnischen Bereich. Und die habe ich dann in das Video mit aufgenommen. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, eine knackige Wochenzusammenfassung aus dem Finanzbereich. Dann gerne ein Abo dalassen und sonst auch ein bisschen was in Sachen Finanzen, ETF-Empfehlungen. Wie baue ich eigentlich ein ETF-Portfolio auf? Könnte was lernen. Würde mich über den Support freuen. Wir gucken jetzt auf die wichtigsten Krypto-News. Die kommt von James Seifert. Beziehungsweise aus dem Bereich natürlich wieder Bitcoin ETF. Das einzig übrig gebliebene Narrativ. Ich kenne es wie gesagt noch aus alten Bärenmärkten. Auch damals war der ETF ein großes Thema. Jetzt geht es ja um einen Spot-ETF und wir hatten eine, ja, ich will jetzt nicht sagen krass turbulente Woche. Aber auf jeden Fall war ein bisschen was los. Denn ich hatte ja gerade schon ein bisschen erzählt von einem Grayscale-Fall. Der GBTC sollte ja umgewandelt werden in ein Bitcoin-ETF. Hier gab es dann Einspruch, nachdem die SEC das ja abgelehnt hatte. Das Gericht hat also Grayscale-Recht gegeben. Und es gab jetzt noch die Chance von Seiten der SEC eben Einspruch daran zu legen, dass das Gericht sozusagen das abgelehnt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Die SEC hat diese Option nicht gezogen. Was jetzt erstmal bedeutet, dass die SEC sich wieder mit dem Fall Bitcoin ETF Grayscale beschäftigen muss. Beziehungsweise eben der Umwandlung. Und das ist insofern gut, weil das eine neue Deadline geben wird. Und das hatte ich ja zuletzt, als der Fall das erste Mal laut wurde. Ich glaube, das war im September, August. Hatte ich das ja auch erwähnt. Das ist alles ein längerer Prozess. Und jetzt setzen sich quasi die Teilnehmer zusammen und finden erstmal einen neuen Termin. Also wir könnten diese Woche eine neue Deadline bekommen für die Entscheidung der SEC über einen Grayscale-Bitcoin-ETF. Und das könnte dann natürlich auch wiederum wegweisend sein für alle anderen Anträge. Denn wenn einer durchgewunken wird, dann wird es wahrscheinlich mit allen passieren. Ich habe kein Gefühl dafür, wann dann so eine Deadline ist. Ich kenne auch mich in dem amerikanischen Recht in dem Zusammenhang überhaupt nicht aus. Deswegen warten wir einfach darauf, wenn wir da eine Deadline haben. Ihr werdet es bei mir auf jeden Fall auch bei Twitter oder hier in den News erfahren. Er glaubt auf jeden Fall auch, James Seifert, dass die SEC auch nicht in den Supreme Court gehen wird. Oder, oder, oder. Ich denke auch, man geht jetzt hier einfach den Weg zu sagen, wir spielen hier nochmal ein bisschen auf Zeit. Hat man sowieso dann wieder Chancen, wenn Grayscale wieder neu reinkommt, sozusagen einen Lostop, vielleicht weitere Deadlines nach hinten zu schieben. Und das ist das, was die SEC die ganze Zeit macht. Sie spielt auf Zeit, weil sie vielleicht keine Ahnung hat oder nicht weiß, wie sie hier noch den Kopf aus der Schlinge bekommen soll. Und der wichtigste Punkt ist hier, ein Dialog zwischen Grayscale und der SEC, das wird uns letztlich wieder auch Aufschluss geben. Gerade dann, wenn die SEC auch mal anfängt, mit den Antragsteilnehmern zu sprechen, dann wird es interessant. Denn dann weiß man, da hat man jetzt vielleicht doch irgendwann den Punkt erreicht, auch auf Seiten der SEC. Wir können nicht weiter schieben. Wir können die Entscheidung nicht weiter aufschieben. Und dann brauchen wir jetzt eben auch einen Austausch mit denjenigen, die die Anträge natürlich stellen. Und das war nochmal eine News, die James Seifert auch geteilt hat, in Bezug auf den am nächsten liegenden, was die Deadlines angeht, ETF, nämlich den von ARK, von Cathie Wood. Die hatten ja schon zwei Ablehnungen jetzt erlebt, beziehungsweise die Final Deadline, die steht jetzt bevor. Und das könnte im Januar dann interessant werden, denn die Experten glauben von Bloomberg, also James Seifert und Kollege Eric Balchunas, 90% Chance, dass im Januar der ARK-Bitcoin ETF ein Go bekommen könnte. Ob es denn wirklich im Januar ist zur Deadline oder vielleicht schon zu einem früheren Termin. Ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr spannend. Ihr kennt meine persönliche Wette, ich bin eigentlich der Meinung, dass der BlackRock-Bitcoin ETF der erste Spot ETF werden wird und alles andere nachfolgt. Problem ist aber hier bei ARK eben die Deadlines und die will ich euch hier an der Stelle nochmal zeigen. Denn da hatten wir mit Angst vor einem Shutdown in den USA relativ viele Harakiri-Entscheidungen der SEC, was Deadlines anging. Und so sind wir jetzt bei ARK eben schon, hier oben seht ihr es rechts, im letzten, im Final Deadline-Modus. Also da, wo rot ist, ist abgelaufen und die Final Deadline oder beziehungsweise geschoben worden. Und am 10.1. wäre dann eben diese Deadline. Wir haben noch den Bitcoin Trust iShares von BlackRock natürlich. Das ist mein persönlicher Favorit. Aber was interessant ist, guckt euch mal an, die Deadlines 15.1., 14.1., das ist alles sehr, sehr nah am ARK-Termin. Das heißt, wenn es hier eine Entscheidung geben sollte, denke ich, werden wir auch keine Final Deadlines bei allen anderen Anträgen sehen. Und was ein bisschen dafür spricht und warum ich vielleicht mit meiner Meinung ein bisschen zurückrudern muss, ist die Tatsache, dass jetzt der ARK-ETF-Antrag neue Seiten dazu bekommen hat. Also Seiten und Anpassungen, die durch oder die womöglich durch einen Dialog zwischen der SEC und eben ARK entstanden ist. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, denn normalerweise findet sowas nur statt, wenn sich die Parteien eben wirklich austauschen und eine Approval, also eine Bestätigung kurz oder nicht kurz, zumindest mal bevor steht. Also das auf jeden Fall mal eine neue Perspektive, weswegen ich auch jetzt ein bisschen wirklich zurückrudern muss und sage, okay, ein ARK-ETF könnte die Deadline sein, wenn auch ich glaube, dass an dem Termin dann eben auch alles durchgewunken werden würde. Gut, dass ARK da so hart, sage ich mal, hinterher ist, dann könnten wir vielleicht schon im Januar viel früher ein ETF erleben, was der Markt sicherlich gut tun würde. Obwohl ich auch glaube, in dem Marktumfeld wäre es nicht diese krass bullische Explosion, die wir so uns wünschen würden, in einem etwas bullischeren Marktsentiment. Aber schauen wir mal, was wird an der Stelle und ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufen. Die Deadlines und das alles passt natürlich gut zusammen. Wir bleiben gespannt. Ein anderer Faktor, und das wollte ich auch nochmal kurz zeigen, ist ja der GPTC selbst. Das ist ja quasi ein Fund, den man jetzt auch handeln kann, beziehungsweise die Anteile daran. Und die waren ja schon teilweise 40% im Discount im Minus. Das geht immer weiter hoch, was die Wahrscheinlichkeit für mich auch höher macht, nicht nur ob Grayscale auch ein Bitcoin ETF wird, sondern dass eben der Markt auch ein bisschen mehr einpreist, dass ein ETF bevorsteht und damit eben auch Grayscale davon profitieren kann. Ansonsten habe ich zum Thema ETF auf jeden Fall noch ein spannendes Interview vor. Ich hatte Jan Altmann von der ETC Group ja schon eingeladen zum Thema All in Bitcoin und Krypto, die optimale Portfolio-Strategie. Unbedingt ein Video, was ihr euch angucken solltet, habe ich am Samstag für euch rausgezischt. Bisschen länger, aber wichtige, wichtige Basics in Sachen Anlage, Vermögensaufbau und wirklich langfristige Investmentstrategien. Und mit ihm werde ich auch noch mal zum Thema Bitcoin ETF sprechen, weil es ja jetzt aktuell ein bisschen heißer geworden ist. Und ansonsten wird es diese Woche auch noch ein bisschen Staking geben und natürlich News, falls irgendwas Heißes passiert. Aber wenn nicht, dann habt ihr auf jeden Fall Futter genug. Ansonsten Ferrari, die akzeptieren jetzt, wer Lust hat, einen Ferrari zu kaufen mit Krypto, der kann das jetzt machen, zumindest mal in den USA. Die Luxusmarke hat da Bock drauf. Ich glaube nicht, dass jemand seine Bitcoin für einen Ferrari hergeben würde, es sei denn, er hat viel, viel, viel zu viel davon. Die Hodler, und das war ja auch so ein bisschen die Erkenntnis zuletzt, wenn man sich die On-Chain-Daten anschaut, noch nie gab es so viele Long-Term-Hodler und die werden immer größer und damit die Knappheit von Bitcoin auch immer größer. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, was sollen die gerade anderes machen als halten, bei der wenigen Marktvolatilität und den Preisen, die offensichtlich nicht genug sind, um vielleicht selber zu sagen, ich verkaufe dann vielleicht doch was. Da bewegt sich dann natürlich weniger und dann ist so eine Statistik auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem eine klare Sprache. Die Hodler sind in dieser Asset-Klasse stärker als in anderen. Interesse ansonsten, und jetzt sind wir beim Marktupdate, geht grundsätzlich weiter eher gegen Süden. Da ist wirklich tote Hose und das merkt man ja auch auf allen Ebenen. Deswegen super wichtig, wenn ihr mich hier unterstützen wollt, gerne Video liken, kommentieren, YouTube-Algorithmus zeigen, das hat hier Relevanz und unbedingt auch gerne kommentieren und sagen, was wollt ihr vielleicht besser, was wollt ihr weniger, was kann ich mir vielleicht sparen, um hier auch für euch das News-Format natürlich vielleicht ein bisschen mal weiterzuentwickeln und für euch immer up-to-date zu sein. So, Altcoin-Season 20, da ist also auch nichts los. Wir haben ansonsten auf Narrativseite, und das gucke ich mir immer gerne an, auf den dezentralen Börsen, die Handelsvolumina, auch hier nur Bitcoin-ETF, eigentlich das einzig spannende Thema, da wird sich gerade gar nichts mehr zugeflüstert oder erzählt und ich kriege selber auch aus dem inneren Kreis so ein bisschen mit, Zockerei eher weniger. Wir haben Satoshi Vision ansonsten heute unter den Gewinnern, wir haben RollBitcoin, aber hier auch, Leute, das ist ja der Gaming-Bereich wieder hier, beziehungsweise Gambling, war man ein kurzes oder ein gutes Narrativ, ist jetzt auch nicht komplett tot oder so, aber das Handelsvolumen, das zeigt auf jeden Fall, dass hier eher mit Vorsicht das Ganze zu genießen ist. Da sind natürlich Kursschwankungen größer bei wenig Volumen, denn dann sind die Orderbücher noch dünner als ohnehin schon. Bitcoin Cash, ansonsten auch unter den Gewinnern, vielleicht hier auch eben die Bitcoin-Romantik, beziehungsweise ETF-Romantik, die er mit durchschwappt. Ansonsten Kasper ein bisschen stärker, hatte zuletzt etwas schwächere Momente. Gewinn mit Namen, Risk-Off-Modus, ich hatte es ja wirklich schon zu Genüge erwähnt. Kommen wir in den Ausblick und da schließe ich mich eigentlich den Gedanken gerade vom Anfang des Videos an. Wir bleiben weiter, ganz klar für mich erstmal in der Zone. Trotzdem hier mit dem positiven Impuls jetzt heute, vielleicht Rückenwind für eine Woche, die aber auch nicht bespickt, ist wirklich mit fetten News. Das heißt, also hier sehe ich den Bitcoin-Kurs definitiv wieder in der Hand der Trader. Alles, was rund um den Bitcoin-ETF passieren wird, gerade jetzt auch in Bezug auf Grayscale, neue Deadlines, das ist das, was so ein bisschen Impuls bringen könnte. Es gibt Leute, die dann teilweise bei Twitter geteilt haben, also das verstehe ich überhaupt nicht, die gesagt haben, hier nochmal ein Blick auf die ETF-Deadlines. Ja, jetzt hier Mitte Oktober, da geht es richtig los, da sind jetzt die Deadlines in dieser Woche. Ja, Pustekuchen, die wurden ja schon verschoben, also das Rote wurde verschoben, Fun Egg, Wisdom, Türen, Fidelity wurden ja auch verschoben, also von daher, da ist alles durch hier, da ist nichts mit Deadlines und irgendwelchen Erkenntnissen, also da braucht jetzt keine Hoffnung haben und ich weiß auch nicht, was sich manche Accounts dabei so gedacht haben. Ansonsten, Zukunft, Vergangenheit gleich Zukunft, wenn das denn klappen würde, dann könnten wir hier zumindest mal in Bezug auf den letzten Zyklus eine interessante Grafik nochmal mitnehmen. Wir hatten ja erstmal diese Korrekturphase, ja, die könnte womöglich jetzt schon hinter uns sein. Der Tiefpunkt, ja, durch das ganze FTX-Drama, ich muss auch sagen, so vom Feeling her, war es auch definitiv so ein Tiefpunkt, weil da war noch diese Marktdynamik da, ja, da war diese Kapitulation zumindest mal gefühlt für einen Moment sichtbar. Ansonsten, stabile Seitwärtslage mit eigentlich einem guten Jahr, das darf man auch nicht vergessen, dass Bitcoin dieses Jahr eigentlich ganz gut gestiegen ist, sich eben von den Tiefs erholt hat, aber 96 Wochen könnte das Ganze dauern, wir sind Halbzeit, wenn wir hier die Vergangenheit nehmen, heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch eine kleine Durststrecke im Seitwärtsmodus vor uns und das würde tatsächlich eben auch gut zusammenpassen zum aktuellen Sentiment, zur Stimmungslage. Man wartet auf klarere Entscheidungen auf Zinspolitik, jetzt eben auch auf Bitcoin ETF und, und, und. Also das nächste Jahr wird da, denke ich, wesentlich spannender als dieses Jahr. Und hier nochmal die Erinnerung, no money, no party, ich hatte es bei Twitter geteilt nochmal hier, der M2 Money Supply deutlich im Abwärtssog, ja, die Zentralbanken machen ja genau das, sie ziehen Zinsen hoch, sie versuchen im Markt Geld zu entziehen, die Bilanzen werden dünner und damit ist eben weniger Geld für Risikoassets da und deswegen auch weniger Party an Aktienmärkten oder, 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 entsprechend viel eher auch gerade im Anleihenbereich. Das war's für heute, ich hoffe, es hat gefallen, wie gesagt, sehr gerne mit einem Like und Kommentar unterstützen, gerne auch abonnieren, dann schaffe ich vielleicht noch die 60.000 dieses Jahr, ist auch ein sehr, sehr zäher Kaugummi. Jetzt würde ich aber sagen, erstmal einen guten Start in die Woche, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.